Moin erstmal meine lieben Lieblingsbaggerlogen, der Penzo ist zurück im LL22 auf dem bayerischen Hof. Wir sind immer noch am Mais häckseln und jetzt müssen wir mal gucken ob wir jetzt die Wände hinbekommen. Ihr seht, ich habe geswitcht von der Rückfahreinrichtung weg. Der MB Truck kann zusammen mit Curseplay und der Rückfahreinrichtung irgendwie nicht arbeiten. Das mag er nicht, da macht er lustige Dinge. Das seht ihr auch an den Spuren, die wir hier gefahren haben. Tempomat rein, kann wahrscheinlich auch noch ein Kmh langsamer fahren oder zwei. Wir werden nachher dann halt ein bisschen aufräumen. Aber der MB Truck, der macht das jetzt im Moment ganz gut. Ich glaube doch mal schneller können wir ruhig. Ihr seht auch, ich habe mir einen Klaas Kipper geholt. Den habe ich jetzt dazu gekauft. Anhänger kann man ja nie genug haben. Von daher haben wir jetzt erstmal vorne noch den HW 80 stehen. Der ist auch schon voll. Den müsste ich ja nicht wegbringen. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, dass ich hier den Kram insoweit fertig bekomme, dass wir hier auch arbeiten können. Mal gucken, wie weit der MB Truck zurückfährt, um zu drehen. Vorhin hat er gesagt, er hängt fest. Hier klappt das jetzt. Jetzt haben wir genug Platz. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Fend eben auch drehen. Hier in Position bringen. Und jetzt scheint es auch zu funktionieren. Ja, aber mit der Rückfahreinrichtung in dem MB Truck, das war eine Mittelschwindkatastrophe. Das hat nicht geklappt. Da hat der MB Truck alle möglichen Spuren ins Feld gefahren. Kornkreise gezogen, hätte ich beinahe gesagt. Hier beim Mais häckseln. Ich denke mal, so sollten wir jetzt zurechtkommen. So langsam kriegen wir den Klaas Kipper hier auch voll. Ich habe mir den jetzt halt geholt. Das ist eine gemodete Version. Das ist nicht der aus dem Standardspiel. Den kann man sich auch in Kaweco Orangier holen. Oder in so einem Blizzard grün, wie auch immer man das dann haben möchte. So, ich haue schon mal den Anker wieder rein. Der MB kann seine Bockwände machen. Ich nenne das mal so. Nachher müssen wir hier den Mais noch mal ein bisschen wegnehmen. Das mache ich dann separat mit einem kleinen Anhänger. Sollte hinzukriegen sein. Aber jetzt funktioniert es wenigstens. Und das finde ich schon ganz schön. Also da muss ich sagen, finde ich es super. Vielleicht können wir das nachher sogar so machen, dass der Fendt häckselt. Oder wenn der MB-Truck jetzt nicht mit der Rückfahreinrichtung zurecht kommt. Dann kann auch der Fendt häckseln. Mal schauen, ob wir das einigermaßen gut hinbekommen. So, wie ich denn hier eigentlich... Ja, habe ich. Das heißt, ich könnte den HW80 gleich mitnehmen. Könntet ihr den am Hof dann auch schon leer machen. Könntet ihr den auch wieder mit herbringen, dass wir dann... Nachher einen Anhänger haben, um die... Übrigbleibsel wegzubekommen. So, dann fahre ich jetzt mal mit dem Fendt hier. Gucken wir mal los. Wir haben zwar noch 3% Rest, aber das ist mir jetzt im Moment Latte. Der wartet. Das ist sehr schön. Lassen wir ihn mal warten. So, ich mache jetzt mal was, was ihr jetzt nicht erwarten werdet. Und zwar, weil ich den kleinen HW80 hier drauf zum abgeben. Dann haben wir gleich wieder was für Schweinefutter. Sobald der leer ist, ziehen wir ihn nach vorne. Damit wir ihn nachher wieder gut aufnehmen können und zum Feld mitbringen können. Oder er stellt uns da vielleicht nur einen Weg. Mal gucken. Dann kann er ihn ja jederzeit später nachholen. Ich stelle ihn hier rein. Weil er zu ist. Lohnt sich das abhängen glaube ich nicht. Sonst geht er nicht zu. Okay, lassen wir den hier. Das ist der Sieversdorfer HW80. Und jetzt springen wir gleich schnell mal auf. Aber guck. Das ist ja auch putzig. Guck mal hier. Da hat das Spiel nach dem Speichern gedacht. Der Haufen hier. Der ist mit abgedeckt. Weil es da auch abgedeckt ist. Dann zählt er das zu dem Silo hier. Ist ja lustig. So. Der Klaas Aris. Der ist auch mit Doppelräumen hier. Der ist richtig geil. Wahnsinn. Aber auch hier muss ich den tatsächlich dann ohne Curseplay fahren. Aber ist nicht schlimm. Alles gar kein Thema. Mir macht es ja Spaß. Das auch selber zu machen. Ich habe jetzt noch etwas für das Video aufzeichnen. Ist das vielleicht ganz okay. Und hier. Ich sehe doch sehr schön. Ich weiß gar nicht, kann ich die feststellen. Wir haben noch Spaß zu müssen. Und dann kann ich jetzt hier mit I abgeben. Ne, nur Steuerung hier drücken. Das ist auch putzig. Warte mal so weit wie es geht nach hinten. Den nächsten Anhänger küpp ich dann von hier aus gesehen rechts daneben ab. Den können wir nachher beim Schieben das Ganze ein bisschen besser beteiligen. Tja, wir haben natürlich dadurch dass ich hier im Singleplayer unterwegs bin dann ein bisschen Wartezeit. Ich weiß jetzt im Moment nicht, ob ich Autodrive hier drauf habe. Ja, er fährt direkt aus der Silke. So gehen. Ups. Sollte ihm natürlich nicht in die Karre fahren. Kommt dabei, wenn man auf die Lenkung guckt, dass man den Tempomaten einstellt. Das Lenkrad, ne? Ich hab den Tempomat Knopf hier auf dem Lenkrad stehen. Aber so gefällt mir das. So kann man das machen. Es ist schade, dass der mit der Rückfahreinrichtung nicht klarkommt. Ich muss mal gucken, ob es von Curseplay da ein Update gibt, das das eventuell schon drin hat. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich den Jungs einfach mal Bescheid sagen. Dass mir das aufgefallen ist. Vielleicht kriegen die das ja hin. Das wäre schön. Dann muss man halt das als Ergänzung reinbringen. Und die das dann vielleicht hinbekommen, dass der mit der Rückfahreinrichtung das hinbekommt. Also ob die Rückfahreinrichtung generell funktioniert. Das ist natürlich was, was auch wahrscheinlich gar nicht so häufig so genutzt wird. Aber warum nicht Bescheid sagen? Das kann man ja machen. So, Tempomat können wir gleich wieder einsetzen, sobald der MB auf Höhe ist. Und zwar jetzt. Wenn die beiden schön nebeneinander herzuckeln. Das macht doch Laun. Ja, jetzt wäre natürlich cool, wenn man hier so eine Art Abfahrerhelfer hätte, der nebenher fährt. Ich habe mich da nicht mehr beschäftigt. Ich weiß es im Moment nicht, ob es das auch mit Curseplay gibt. Wenn ihr da wisst, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin für jeden Typ dankbar. Ansonsten macht mir das auch nichts aus, hier nebenher zu fahren. Ich muss noch mal ein kleines, fantastisches, schönes Bildchen machen. Ich habe mich zu weit weg. Das magst du nicht, ne? Mal ein bisschen dich da ran. Das ist ja kein Punkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Grüße. So, da haben wir unser Foto. Und hier noch mal eins, vielleicht brauchen wir da ja auch was. So, jetzt machen wir schon wieder in die Maschine. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar Screenshots, wo wir damit arbeiten. Auf jeden Fall geht es so. Und das ist besser als nichts. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde es auch nicht schlimm, dass wir hier häufig in und hier fahren müssen. Das Feld ist ja noch ein bisschen größer. Es gibt also in den nächsten Teilen durchaus noch ein bisschen was zu tun. Aber genau das ist ja auch der Plan. So, ich bin ein bisschen zu schnell. Ich werde noch ein bisschen abfallen. Das ist ja auch ein schönes Bild. Mal gucken, welches wir dann als Thumbnail nehmen später. Und da seht ihr, da hat mir auch eine lustige Spur reingefahren. Ich sah einfach in Kornkreises mit der Gegend. Und wie gesagt, der MB-Track fehlt per Curseplay. Und ja, ich fahre hier so ein bisschen entspannt. Und hier und hier mit Tempomat. Muss mir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas in die Hose geht. Läuft einfach. Und wir haben jetzt auch tatsächlich schon um und bei ein Drittel des Feldes geschafft. Also ist doch sehr schön. Das passt, würde ich sagen. Ups, nicht zu weit weg fahren. Wir brauchen nicht so dicht dran zu sein, aber zu weit weg. Muss es dann auch nicht. So, dann gucken wir jetzt mal unsere lustige Taktik aus, wie wir jetzt von MB-3 wegkommen und trotzdem wenden können. Uh-oh-oh-oh-oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit dem Tempomat ist es schon noch nicht ganz was weiß. So 7% haben wir noch. Ups, was mockst du Jungen? Schwenkt der hier auf einmal aus? Auch wenn es jetzt noch 4% sind. Der Pencil wird zum Hof zurück. Oha, die Spiegel vibrieren. Ganz unscharbes Bild. So, haben wir richtig durch die Außen. Geht zum Hof. Hier sieht man auch schön Gäckseln. Sehr schön gemacht. Schöne Textur sozusagen. Ich fahr das da so weit nach hinten wie es geht. Dann haben wir es mit dem Glas gleich umso leichter. Schöne Textur. So eine solche Projekte. Ich lege immer das so gut. So ist es k Wanna fern. Da ist es nicht fern. Es gibt noch einen Schöne Textur. Das ist schon ein fettes Viech geworden, der Klaas. Also echt super. Das ist schon ein fettes Viech. Das ist ein fettes Viech. Das macht keiner. Das schafft es ja schon. Das ist schon ein fettes Viech. 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 Ich könnte beim nächsten Mal sogar von oben kippen. Auch eine gute Idee. Das ist schon ein fettes Viech. Das ist schon wunderbar. Das ist schon wunderbar. Ich werde nachher mal gucken, was passiert, wenn ich von oben kippe. Deswegen lasse ich den mal hier stehen. Und wir gehen zum End zurück. Rechts keine Tür, wir müssen auf die linke Seite. Ja mein Leben, ich werde jetzt hier noch ein bisschen häckseln und malzen und alles was damit zusammenhängt erlegen. Dann würde ich sagen sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich hoffe ich bin dann mit dem Häckseln schon fertig. Ich werde natürlich weiterspielen und dann gucken wir mal was im nächsten Video ansteht. Ich würde gerne, das müssen wir auch mal gucken, da ist ja eine eigene Saatgut- bzw Mineraldüngerproduktion starten. Hier ist ja eine auf der Karte. Ich meine das ist Mineraldünger, was wir hier auf dem Hof haben und das würde ich ganz gerne ins Rollen bringen. Mal gucken was wir dafür brauchen. Aber es gibt mit Sicherheit genug zu tun und zu erledigen, sodass wir uns dann halt nicht langweilen werden in der nächsten Folge. In diesem Sinne sagt der Pensionator vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne wie immer ein bisschen Liebe da, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video und dann würde ich mich freuen, wenn wir in einem der nächsten Videos wieder gemeinsam hier die Zeit verbringen und schauen, ob der Map Bayerischer Hof so geht. Das geht auf euch auf, bleibt gesund und munter, euer Penzo. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das sieht gut aus. Oh, ich bin so da weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ich freue mich drüber muss man sagen weil ich mach das gerade klar kann es entspannt hier so ein bisschen herfahren gemeinsam mit dem cosplay helfer hier so ein bisschen arbeiten total super aber wie sagt jetzt schon wieder lustig abschalten genau das machen wir jetzt bis zum nächsten mal